Hallo und herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Jan Mehlmann, dem Gründer von Mehlmann & Partner Online Business Consulting, über die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und erste Schritte, die jeder Geschäftsführer anstoßen sollte. Digitalisierung ist das große Thema in fast allen Bereichen von fast jedem Unternehmen. Was sind so Tätigkeiten, die prädestiniert dafür sind, automatisiert zu werden? Im Prinzip fast jede Tätigkeit, kann man so sagen. Außer natürlich die Handwerkberufe, klar, natürlich, das kann man nicht digitalisieren, da muss der jeweilige Facharbeiter zum Ort hin, um seine Tätigkeit auszuüben, logisch. Aber, zum Beispiel, wenn mein Handwerk jetzt bleibt, es gibt natürlich auch digitalisierungsmögliche Prozesse, wo der Kunde sein gewünschtes Endprodukt, was er jetzt haben möchte, ob es ein Carport ist, auch ein Haus haben möchte oder halt irgendwas anderes, keiner der Bespreche über eine Software-Tool, komplett zusammenstellen. Dort steht auch sofort der Preis, er kann auch direkt auch sofort den Auftrag erteilen und die Firma erhält dann automatisch die Auftragsbeschädigung. Ja, also sind immer so diese kleinen Schritte drumherum. Genau, das sind auf jeden Fall die kleinen Schritte drumherum. Welche Abläufe sind jetzt im Beratungsalltag am häufigsten und wo findet man bei den Unternehmen die meisten ineffizienten Prozesse? Eine sehr, sehr gute Frage. Am häufigsten, was ich auf jeden Fall vorfinde in den verschiedensten Unternehmen, ist einfach der Vertriebsprozess. Vertriebsprozess zum Thema natürlich Neukundengewinnung, ist klar. Und die Mehrheit hat sich noch nicht mal damit beschäftigt, vielleicht mal bessere Kunden für sich zu gewinnen, anstatt nur neue Kunden zu gewinnen. Und da setzt man natürlich ziemlich häufig an, damit man den Vertriebsprozess optimiert, damit das eigene Vertriebsteam natürlich dann deutlich viel, viel einfacher neue Kunden generieren kann. Bessere Kunden, das finde ich ja auch ein interessantes Wort. Gar nicht neue Kunden, sondern sogar bessere, die vielleicht besser zum Unternehmen passen. Geht es denn bei der Digitalisierung immer darum, Prozesse digitaler effizienter zu machen, also um eine Vollautomatisierung? Oder geht es eben darum, den Mitarbeitern Handwerkszeug, also tolle Tools an die Hand zu geben? Sowohl als auch. Das soll natürlich auch helfen, dass den Mitarbeitern auf jeden Fall Tools haben, wo die deutlich viel, viel schneller und effizienter deren Aufgaben erledigen können. Und natürlich auch, dass das Unternehmen auch Tools zur Verfügung hat, damit sie auch ganz genau nachvollziehen kann, welche Schritte wurden bisher getan, welche Schritte müssen noch erledigt werden. Und in einem normalen Alltag, in einem Unternehmen, ich kenne es ja selber, auch ich war mal ein Angestellter, da verliert man extrem schnell den Überblick, wenn halt die nötigen Prozesse, z.B. Tools fehlen. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt schon, dass Sie auch selber mal in einem Unternehmen gearbeitet haben. Und ich glaube auch, dass einfach viele kleinere und mittelständische Unternehmen auch damit überfordert sind, generell diese ganzen Prozesse zu digitalisieren, Abläufe zu digitalisieren. Das heißt, wie gehen Sie dann vor, wenn Sie ein Projekt vor der Nase haben? Ganz, ganz einfach. Und zwar, ich schaue mir das Ganze natürlich auch an, was genau machen die dann? Welche Tools haben Sie? Welche Systeme nutzen Sie? Und mit welchem Ziel machen Sie das Ganze denn? Ganz, ganz oft stelle ich fest, dass die einzelnen Tools, die Sie verwenden, gar nicht dazu passen, was Sie eigentlich haben wollen. Und dementsprechend denken wir natürlich um und integrieren dementsprechend dann die richtigen Systeme. Und wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, die noch gar keine Ahnung mit irgendwelchen digitalen Tools haben oder ganz, ganz wenig, aber zumindest die Notwendigkeit erkannt haben, da müssen wir was machen. Wie gehen Sie dann weiter? Ich sage mal so, jedes Unternehmen hat fünf Phasen. Die erste Phase ist, neue Kunden zu gewinnen. Die zweite Phase ist, bessere Kunden zu gewinnen. Die dritte Phase ist, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Die vierte Phase ist, Systeme zu integrieren. Und die fünfte Phase gibt es, aber ist so ähnlich wie Feenstaub. Ich habe zu viel Geld. Ich will die fünfte, Entschuldigung. Nein. So, und genau diese einzelnen Phasen schaue ich mir mit dem Unternehmen an, die bis jetzt mit dieser Digitalisierung noch nichts zu tun hat, beziehungsweise noch wenig Erfahrung hatte. Und dann schauen wir, dass wir dementsprechend von Phase 1 bis Phase 5 alles komplett automatisieren und die richtigen Prozesse dann natürlich halt integrieren. Ich hoffe, das haben sich jetzt ganz viele KMUs und Startups und auch große Unternehmen alles schön mitgeschrieben. Hat sich fantastisch angehört. Vielen lieben Dank. Lieben gerne. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017